und willkommen zurück zu let's play lanter 2000 und letzten bestehende worten ja jetzt wunderbar ein bisschen geld wird die mit dem hat mit den hakschnitzel wir haben ob es eigentlich nicht und das ist immer wenn gut dabei sein denn macht wie viel kostet bringt das normal hat steht so da und weil er 90 damals 100.000 nur weg 100.000 mal weg oder bis zu 100 tonnen 100 tonnen 1990 euro und noch mal 1.000 natürlich ein kopf war gewesen aber ganz leicht in der zeit wo ich habe ich auch für einen kauf und hat selber auch eingesammelt aber ich will wissen die großen nachgang nutzen und nicht von daher und hier hier und hier habe ich mit meiner mit meiner maschine hängen geblieben mit meiner mit meinem hex hat schnitzel nacher da darum müsste da echt aufpassen wir da verraten werde ich jetzt mal sagen so wir haben uns da jetzt eine schaufel die hohe ich hoffe das war jetzt kein fehler dass diese geholt habe aber wir schauen wir uns aber da haben wir uns schon mal kommen uns schon mal den nächsten hänger leisten ich glaube dies auf jeden fall größer fast mehr rein als die und die andere normal schaufe meine ich jetzt zumindest mal hoffe ich hoffe ich hoffe ich vor allen dingen war erzählen wir ja jetzt ob sie das also einfach weg klicken wie früher auch einfach mal eine schwelle das guter schlechtes na ich will mich mal mal schauen so war aber komm mal komm mal es ist wirklich der berg hochkommst du scheiß typ hier komm 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 nein blablabla wo ist denn hier aber du hast recht jetzt hier oh man da hängt er nicht etwa am verzeichnet er jetzt nicht etwa am und ding ist fest so so müsste eigentlich auch nehmen so so den hänger und dann fahren da muss man noch üben hier so stellen wir dich mal hier hin so zack oh wei, da darf ich nicht brauchen da legt man am Arsch ich muss gucken, dass ich da irgendwie besser in die dings reinkomme da muss ich auch nutzen da muss ich auch nutzen da muss ich auch nutzen das macht nett naja alles für den hänger muss ich auch fast nicht erstellen hier da sozusagen frei, nicht daneben ich glaube da hat nämlich auch da ein bisschen daneben gegangen das meine ich schon gefühl zu haben hm wo steht denn harschitz 18% ja das unternebengang das sagt jetzt sein scheiße naja aber da muss man sich auch anders einfahren lassen wollte ich sagen das lohnt sich natürlich die die arbeit lohnt sich ja wirklich ehrlich gesagt nicht wir müssen nochmal gucken sind die ah ne äh der skoplader das aber auch hier wird nicht angezeigt wird echt nicht angezeigt was größeres wobei ich glaube dass der hier äh wirklich viel viel mehr bringt als wie das ding als wir darauf haben naja kann dauern oder werden nur die eigentliche eine karriere zweck weg bringen weil ähm äh das ist wenn wir alles fertig haben sind zwei drei folgen voll äh warum fällen schneller aber schon noch ein mod finden im förderband oder so das wäre noch eine überlegung wert aber den hänger macht es noch voll und dann dann schauen wir mal ja mann die unnötig da sag ich jetzt einfach mal oh man ich immer einen pioneneen kippe boah und man muss fast den ganzen fach den hänger vorzuladen oder tue ich euch jetzt nicht an leute tue ich euch auch nicht an tun na da wollte etwas nicht wirklich da auch übergeben so das wird doch langsam oh wei 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 nein bloß mit dem liebden so pippen waa gleich haben wir's auf mein folgende denke ich mal haben heute eine verladung folge gemacht und das ist ein langweiliger aber ich kann nichts verändern mein gedankt ist gemacht aber nicht so gut und demnächst mal bist du bescheid doch wir haben wir machen aber das ist noch vier schaub und seine mama voll so ein war ja noch hier hier ist noch drei dann passen zum folgen eine sommer mit dem von da wir oben wir dann anfangen so eine noch und dann ist vollbracht zwei prozent ohne kleine schock wir dazu fährst du machen wir zurück ich schaue mal hier hin stellen dass wir auf dem weg zurück und wird einmal hat aber verweckt und wird aussieht ja doch vielleicht auch wie können auch die animations mäßig hübser ich muss ein zweiter vorhaben das wäre sehr sinnvoll so wird mir spannend und abwachen und trinken so du musst auch alles der links auch weiter und zeit hoch hochstellen können deshalb auch überlaufen auf die zeit zu verzichten um laufen kann so die man falls noch da und wir haben die warte kommen macht keine geläuchte ja ein bisschen bekommen wenn wir besser naja und ob das stange geht erst mal auf den städten faktor weil ich nicht den großen hängerzonen aber ein schwächer umfassen und dem schwäch und hatte zu ziehen das bringt überhaupt nicht um ja auf jeden fall sind zuerst auf jeden fall schon mal oberstes gebot bei den berg hochkommt hier wachten 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 man ich weiß nicht schon mal ein bisschen weiter nach hier oben beim station hier links auf den platz sind denn ich brauche mir nach der richtung gestellt habe apropos zeit statt wie kann ich hochdrehen schnell rechtzeit was hat wetter als sonne wunderbar kein regen in sicht desto besser für uns und weil ich meine stadt lasst ihr mal hier stehen da weiß ich nur noch eine kurze nachfrage kann es ja nie wissen war man ehrlich immer hier ab hier war man jetzt am besten nach einer abkürzung zum zum bühne stadt hier aus rund zu fahren stunden dauert sagt einfach mal war ich einfach jetzt hier geradeaus und feldweg damit auf der mühle was noch viel viel schneller als wir jetzt auch rumfahren würde musste täte sich schwer machen und ja ich sehe die folge eine zu diese letzte folge auch auf der fahrt zu einem punkt und da naja es steckt man etwa das schon auf jeden fall zeit unterstellen dann werden wir das in der nächsten folge machen und würd sagen wenn ihr euch gefallen hat stellt auch nächste folge wieder ein let's play later 2015 style ciao